Ich bin auf der Autobahn und denk untereinander fahr'n drüber nach, was alles passiert ist letzte Woche. So eine Woche wird's hier jetzt sagen, die ist nicht so furchtbar lang, viel passieren wir da schon nicht, ich sag doch. Habe einen guten Job allein, bin da rüber flüssig geworden, aber dieser Lahr hätte mich noch gar nicht geschockt. Was ich öfters neu empfangen, was mir Arbeiten anbelangt, ohne diesmal hätte ich sicher wieder gepackt. Ich geh zu Haustüren, nein, es ist erst zwei wie drei, im Flur da riech ich schon der Simon Rauch. Du hast einen Nachbarn, da ja hab mein Paar im Anteil, auch da wär ich dann alles so nimmer braucht. Jetzt hab ich nix mehr rauf, ich war am Brenner rauf, lass alles hinter mir, weil ich bloß noch weg von dir. Da fuhren kommt schon da gerade sein, da tut er bloß noch auf so weg. Boastig! Und dann sch fourth. Boastig! So. Bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020